Das Spiel ruckelt gerade. Ich weiß nicht, warum es ruckelt. Aber es läuft nicht sehr sonderlich flüssig. Vielleicht macht es das Hüpfen auch schwerer. Hm. Moment, ich muss mal gerade gucken. Ja, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Irgendwie ruckelt das Spiel gerade. Wir sind gerade bei 50 Frames. Nee, da kann eigentlich nie sein. Jetzt läuft es wieder normal. Super, gerade eben hat es geruckelt. Hä? Seltsam, seltsam, seltsam. So, hast du jetzt hier irgendwo noch eine Luke aufgemacht? Nein, hat sie nicht. Ja, jetzt müssen wir sie wieder suchen. Wo bist du, Kleines? Zeig dich. Äh, ist sie vielleicht wieder am Start? Chillt sie wieder am Start rum? Hier vielleicht? Hier ist sie nicht. Okay. Seltsam, dass jetzt kein Video kam. Also keine Szene. Hier ist sie nicht. Wie ist die denn? Kleines, wo bist du? Hier ist sie auch nicht. Ich hätte ja sein können, dass sie da irgendwo nicht versteckt. Ich sehe sie gerade wirklich nicht. Das gibt es doch nicht. Wo ist sie hin? Äh. Hm. Nee. Hä? Gibt es doch gar nicht. Wo ist die denn? Meira, wo bist du? Hä? Hier ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Nee. Versteckt sie doch bestimmt irgendwo, wo man sie gerade nicht sieht, oder? Oder ich habe die... Im Tempel war sie jetzt nicht mehr. Hm? Ich gucke nochmal. Hä? Ich habe die doch gerade befreit. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe die doch... Aber... 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 Ich habe die doch gerade befreit gehabt. Willst du mich verarschen, Spiel? Offensichtlich. Häh? Habe ich hier einen Bug gerade? Bitte nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die doch gerade befreit. Oh, nö. Ich habe sie dreimal geklatscht. Und dann ist sie weggerannt. Ich bin doch nicht doof. Habt ihr das doch auch gesehen, oder? Kommt wahrscheinlich gleich wieder sowas... Nö, nö, nö. Ich habe nichts gesehen. Eindeutig. Das Spiel trollt mich heute wirklich. Extrem hart. So, nochmal. So, jetzt ist sie weg. Jetzt kommt auch die Szene. Die kam gerade nicht. Ja, geil. Oh, Mann, oh. Na, wo sind wir denn jetzt? Ah, sie versteckt sich im Bett. Sieht man in den Haaren. Ah, ihr blind? Offensichtlich. Gucken doch die Haare raus. Ja, genau die. Mutter, Mutter, sie suchen, sie suchen mich. Werden sie mich ja auch töten? Werden sie mich wegen Gotteslästerung verbrennen? Ich will nicht sterben. Deshalb muss ich fliehen, so schnell, so weit wie möglich. Auf Wiedersehen, Mutter. Weißt du, wenn die Story nicht so traurig wäre? Beziehungsweise, wenn die Story hier an der Stelle jetzt mal... Wenn die Kacke wäre. Dann wäre der Dungeon noch extrem beschissener. Aber so ist er okay. Ich stelle mich halt einfach nur doof an. Das weiß ich. Wurstfinger. Wurstfinger Fachverkäufer, IG. So, jetzt ist sie bestimmt hier unten, ne? Nein? Das wundert mich aber. Hier ist sie auch nicht. Gut. Haben wir hier schon mal alles abgeklappert? Da oben sitzt sie. Habe ich da jetzt einfach so? Jo. Huch. Ich wollte gerade schon sagen, sie lacht schon gar nicht mehr. Aber sie hat doch noch gelacht. Okay. Äh. Mal sehen, welche sie jetzt aufgemacht hat. Müsste jetzt theoretisch der hier sein, ne? Oder? Nö. Ähm. Dann... Achso, das wird wahrscheinlich hier der letzte dann sein. Dann hat sie bestimmt ganz rechts den aufgemacht. So. Hä? Ich... Den habe ich jetzt über... Den habe ich jetzt übersehen? Den hier hat... Den hier hat ich doch gerade, oder? Jo. Den hatte ich gerade. Ich stehe in der Mitte. Das habe ich gerade ein wenig, äh... Ah, okay. Uff. Okay, dann kommen die runter. Hä? Wieso? Was ist denn das jetzt? Kann ich nicht... Oh, ich muss die so... Okay. Oh, ich muss die so... Na gut. Wir müssen die so fallen lassen, dass es eine Treppe ergibt. Jo. Naja. Ungefähr so. Ah. Oh. Pixel-Hunting. Ich habe Pixel-Hunting betrieben. Hi. Ja, gut. Das geht auch. Okay. Das war jetzt zum Glück nicht so schwer. Das war jetzt zum Glück nicht so schwer. Okay. Zur Abwechslung mal was Einfaches. Was passiert jetzt? Ach, dass es wenn sie wegläuft. Oh, da liegt jemand. Wer ist das denn? Hallo? Hä? Sag doch mal was. Wer bist du denn? Hallo? Mutter! Mutter! Ich habe herausgefunden, dass ich die Macht besitze, schreckliche Albträume zu beenden. Dabei habe ich auch die Wahrheit über uns erfahren. Wir werden nicht von einem Gott geführt, sondern von einem Dämon, der sich als Gott darstellt. Er alleine versucht diese tödlichen Albträume. Er verursacht. Und dann, Mutter, habe ich gesehen, was du getan hast. Und das macht mir Angst. Okay. Ein bisschen gruselig. So. Okay. Ich glaube, noch zweimal müssen wir sie finden. Oh, Entschuldigung. Da oben sitzt sie. Da kommen wir zum Glück relativ fix hin. Jups, jups. Einmal hier hoch. Hier rüber. Und dann hier hin. So. Machst du jetzt bitte die Tür hier auf? Danke. Ah, da muss ich nicht so weit laufen. Ähm. Komm hier jetzt hier raus? Hä? Komm ich denn hier raus? Ach hier. Guck mal. Das hätte ja sein können, dass es so klappt. Äh. Oh Gott. Ach, ich musste hier wahrscheinlich sogar rum. Äh. Hm? Oh ja. Ist okay. Äh. Hä? Ach, das Fass brauche ich hier zuerst, um da hochhüpfen zu können. Verstehe. So. Nehmen wir noch mit. Ach. Mann. Manchmal, ey. Diese Technik ist manchmal echt... Boah. Etwas nervig. So. Ich wusste es. Ach, Mann. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Ja, weit kann ich nicht hüpfen. Ach, komm da nicht hin. Oh, Mann. Wie doof. Ah. Na gut. Okay. Dann nochmal zum Ausgang. Und dann wieder reinkommen. Wäre ja auch zu einfach. Komm da wahrscheinlich gar nicht von... von herein drauf. Aber das macht nix. So, Fass. Ach, geht. Das ist doch... Mann. So was. Sonst wirft ihr immer nicht so weit, wie du sollst. Jetzt wirft ihr wieder zu weit. Nicht mal. Es hätte ja klappen können. Ich hätte aber hüpfen müssen. Ich durfkopp. Na gut. Wenn ich hüpfe, dann schaffe ich das auch. Da hoch. Ja, okay. Alles klar. Wir schaffen das. Jetzt schaffe ich es. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt schaffen wir das auch. Hoffentlich. So. Mann, 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 Mann. Dieses Spiel. Wo? Und jetzt aber. Komm schon. Also mit Hüpfen, das Ding wegwerfen, die Fackel. Dann müsste es klappen. Ja. Na, hat geklappt. Aber ich bin irgendwie, aus irgendeinem doofen Grund, bin ich da wohl auf diese Plattformen. Komm. Warum auch immer. Ja, ist klar. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt ist echt nicht mein Tag, ne? So gar nicht. Also das ist, zumindest was das Spiel angeht. Das ist so echt gerade. Ne. Das will einfach nicht. Mann, 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 Mann. So, okay. Das haben wir. Komm mit, du Fass. So. Dahin. Du kommst auch mit. Okay, jetzt auch. So. Das ist mir jetzt egal, dass ich hier runtergefallen bin. Warum auch immer. Hauptsache, die Plattform ist noch da. Und dass der Coin jetzt verschwindet, ist mir auch wurscht. Die hätten wir gekriegt, aber. So. Meine Güte. Okay. Vorletzte Szene. Glaube ich. Ah ja. Oh. Kommt der Typ wieder. Mutter. Mutter. Ich habe ihn gefunden. Der Dämon baust. Haust. Ach, haust in der Nähe dieses Dorfes. Er hat diese armen Menschen total ver... Er hat diese armen Menschen total ver... Er hat diese armen Menschen total verängstigt. Sie folgen ihm widerstandslos zum Schlachthof. Wenn sie nur wüssten, was ich tue, Mutter. Es ist meine Pflicht, ihn zu zerstören. Ich werde nicht versagen. Ich darf nicht versagen. Ja, bitte. Okay. Also sie ist halt auch auf der Suche nach Melsas und will ihn quasi, äh, ja, zerstören. So. Okay. Wo ist die Kleine jetzt wahrscheinlich? Jetzt ist sie wahrscheinlich unten beim Speicherplatz. Vielleicht sollte ich nochmal speichern. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Weil wir jetzt ja quasi den Dungeon so fast fertig haben. Aber nur fast. So. Lebensenergie wieder gefüllt. Wunderbar. Spielstand speichern. Ja, bitte. Und dann gucken wir doch gleich mal. So. Bitte speichern. Ja. Die Geschichte wird gespeichert. Geschichte erfolgreich gespeichert. So, dann lass mich. Tut mir denn jetzt mein Daumen weh? Was soll denn das jetzt? Hör mal auf da. Ich brauch dich gerade. Lass mich mal jetzt nicht im Stich hier. So, ist jetzt hier direkt offen? Nein, ne? Ich muss jetzt suchen. Ach, jetzt steht direkt davor. Sehr gut. Hallo. Okay. Zeit für ein neues Spiel. Verstecken. Los. Spiel mit. Ich weiß. Du willst. Na los. Nein. Du gemeiner Kerl. Ja, okay. Okay. Zeit für ein neues Spiel. Verstecken. Los. Spiel mit. Ich weiß, du willst. Na los. Ja, gut. Ja, wir werden spielen. Okay, ich muss. Das ist ganz leicht. Wenn ich singe. Ich sehe. Was. Was. Du. Nicht. Sie. Bewegst du dich? Wenn sie das singt, dann soll ich mich bewegen. Sonst musst du dich verstecken. Okay? Okay. Ich? Lass uns anfangen. Oh. Ja, toll. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe dich. Ja, geil. Du hast dich bewegt. Habe ich genau gesehen. Ah. Zurück an den Anfang. Nochmal von vorn. Ach so. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Okay, ist das doof. Ich muss mich jetzt einfach wieder zu ihr bewegen. Na, bleib doch stehen. Oh nein. Du hast mich erwischt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt gehen. Danke. Okay. Oh, wir haben den Dungeon geschafft. Oh, ein Glück. Danke. Okay. Den hätten wir. Was passiert jetzt? Oh. Da oben ist jetzt offen. In der Mine. Oh, wo war das jetzt? Das war ganz rechts irgendwo, ne? Rechts außen. Oh, scheiße. Was seid ihr denn? Ähm. Okay, wir gehen wieder. Ciao. Job erledigt. Ja, ja, ja. Die Wassermühle. Ist richtig. Die war mal ganz oben rechts, ne? Meine ich. So. Ähm. Okay, ciao. Du kannst hier weiterpennen. Mach dein Ding. Du kannst auch mal zum Kollegen unten beim Hafen gehen. Okay. Mach ich. Das mach ich sofort. Ähm. Die beiden quatschen noch. Hm. Alandra, was war los? Aha. Ihre Vergangenheit ist komplizierter, als ich dachte. Jetzt wissen wir, dass sie nicht unser Feind ist. Du siehst erschöpft aus, Alandra. Du solltest dich ausruhen. Oh, wie konnte ich nur? Myra, ich muss schnell zu meinem Petikürentermin. Können wir ein andermal weiterreden? Oh. Okay. Dann einmal drüber schlafen. Okay. 7